Guten Abend, guten Abend. So, heute Abend geht's wieder rein in SnowRunner. Da sind wieder Schwerlasten am Lasten, also blablabla, ne? Ich hab da einen komischen Titel reingehauen, wie ihr sehen könnt. Guten Abend, Reebok. Und Zafi natürlich auch, guten Abend. Ich hab gesehen, einen komischen Titel hab ich da reingehauen, ne? Schwerlasten sind schwere Lasten, die schwer belasten, lässt man die Last belastend auf der Last. Keine Ahnung, was das heißen soll, ich hatte da so eine Vorzidee, ich hab's mal reingebabbelt, ne, ob das stimmt oder nicht stimmt, scheißegal. Ich hatte heute einen wunderschönen, beschissenen Tag und, ähm, heute Abend, lass mir doch das wieder aus beim Trucker fahren. So, wie ich hab heute Abend dann...